Darf die GKV mich fragen, warum ich eine Altersrente als Teilrente gewählt habe? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, ich habe eine Anfrage reinbekommen über unser Mail-Account von Rentenbescheid24.de. Die lautet ganz einfach, darf die GKV fragen, warum man Teilrente gewählt hat? Ja, meine Damen und Herren, das ist eigentlich eine relativ eindeutige Geschichte. Selbstverständlich darf die GKV nicht fragen, warum sie die Teilrente gewählt haben als Altersrente. Es geht die GKV schlicht und ergreifend nichts an. Warum ist das so? Wenn jemand eine Altersrente als Teilrente wählt, also sich die Rente nicht zu 100% auszahlen lässt, sondern sagt, okay, ich lasse mir zu 90% nur auszahlen. Dann liegt in der Wahl der Teilrente grundsätzlich kein Verzicht nach §46 SGB I. Denn nur bei einem Verzicht kann die GKV fragen, warum man das gemacht hat. Denn der Verzicht wirkt sich möglicherweise zulasten der GKV aus. In dem Fall hier ist es relativ eindeutig oder für mich zumindest klar, unser Versicherter oder Versicherte möchte sich ihre Krankengeldansprüche erhalten, wenn sie weiterarbeitet. Das könnte zum Beispiel ein Grund sein, warum sie die Teilrente gewährt hat. Dann geht das schlicht und ergreifend die GKV nichts an. So einfach ist das. Denn, nochmal, die Wahl, also die Auswahl, dass ich meine Rente als Teilrente bewilligt haben oder ausgezahlt bekommen möchte, ist ein Wahlrecht, was auch zulasten anderer Sozialleistungsträger gehen kann. So ist es allgemeine anerkannte Rechtslage. So, damit habe ich die Frage beantwortet. Also, meine Damen und Herren, wer kann und wer das möchte, kann gerne eine Teilrente als Altersrente wählen. Bei einer Erwerbsminderungsrente kann ich das nicht machen, denn eine Teilrente kann ich grundsätzlich nur bei einer Altersrente als Wahlrecht haben, als die Auszahlung als Teilrente als Wahlrecht ausüben. Bei einer EM-Rente geht das nicht. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.